Ja, hallo, jetzt ist Christian Schumacher, Paartherapeut und Beziehungscoach, mit noch einer Nachricht an euch zum Jahresende und ja auch Ende des Jahrzehnts. Ja, ich wünsche euch allen erstmal, dass ihr gut rüberkommt als Neujahr, so wie ihr das mögt, besinnlich oder hartfeiernd, wie auch immer und wünsche euch einen ganz tollen Start ins neue Jahrzehnt, was glaube ich sehr viele Veränderungen bringen wird und ich glaube auch, auch wenn das gerade vielleicht nicht so aussieht, viele positive Veränderungen auch in so einem größeren gesellschaftlichen Rahmen. Und ich denke auch, dass irgendwann, was wir in dieser Dekade auch sehen werden, dass ja, das Zeitalter dieser toxischen Kontakt- und Beziehungsebene ja auch irgendwo dem Ende zugehen wird oder zumindest stark zurückgedrängt werden wird, auch wenn das viele noch nicht wahrhaben wollen. Und wie gesagt, zu dieser Ebene gehört sowohl die Täterseite natürlich als auch der Stecker zur Steckdose, die Opferseite oder wie auch immer man die nennen will oder auch die Seite der Empathen, die ihre Energie verschenken an andere, ohne zu sehen, dass es vielleicht nicht so ihr am besten ist. Ja, und es wird, denke ich, eine echt spannende Zeit werden. Und ich finde, man kann auch jetzt schon sehen, dass die Luft enger wird für die Menschen, die ihre Energie vor allen Dingen draus beziehen, irgendwie sich an andere dran zu hängen, die Energie von anderen zu nehmen, weiß ich nicht, rauszusaugen oder weiß ich nicht, auf das Ticket anderer zu leben, ja, das merkt man jetzt schon, dass das schwieriger wird und auch, ja, die Menschen, die das so machen, ob bewusst oder unbewusst, auch irgendwo gestresster reagieren, ist so mein Gefühl. Und auch merken, dass immer mehr Leute auch immer mehr empathen, was ich super gut finde, sich zurückziehen aus dieser Beziehung und ihre Energie lieber für sich behalten. Oder sie dahin stecken, wo sie auch gewertschätzt wird, gesunde Grenzen ziehen. Und ja, das ist eine großartige Entwicklung. Und die Menschen, die dann eher, ja, ob sie das jetzt nun selber wahrnehmen oder nicht, auf der Täterseite sind, werden dann irgendwann mal gucken müssen, ob sie da alleine bleiben. Irgendwie. Oder auch anfangen, ja, an ihrem Bewusstsein zu arbeiten. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Wir wissen ja alle, man kann an niemanden zubringen, man kann niemanden retten, man kann niemanden heilen, der das nicht will. Was ich nochmal klar machen möchte, sind so, was sind die Ketten der toxischen Beziehungen, toxisches Dating, toxische Beziehungsebene. Die Ketten sind vor allen Dingen, wenn man es auf einer energetischen Ebene mal sieht, man kann natürlich tausend Sachen jetzt aufzählen, aber wenn man es auf einer energetischen Ebene sieht, ist es Angst, Wut und diese toxische Form von Sexualität. Und all diese Emotionen bringen dich in eine Niederschwingung und sorgen dafür, ja, dass du eben, wenn man niederschwingt, wird man eben noch anfälliger dafür, noch manipulierbarer. Und, ja, da werde ich weiter, hoffe, sich weiter Impulse liefern kann, auch im nächsten Jahr, ja, dass man sich eben befreit aus diesen Ketten, aus diesen negativen Emotionen. Und, ja, das beste Rezept gegen diese ganze Toxic ist eben, möglichst immer in einer Hochschwingung zu bleiben. Das Teil davon ist ja auch, was ich mal wieder propagiere, das nice, geile Leben, aber es hat natürlich noch viel mehr Aspekte. Und ich hoffe, dass ich da weiter, ja genau, meinen Beitrag zu leisten kann, weil es ist ja so, hochschwingend zu sein, ist wirklich das beste Immunsystem, was man haben kann. Und das Leben ist ja auch viel schöner, wenn man in einer Hochschwingung ist. Ja, ich habe mir auch vorgenommen fürs neue Jahr, ich werde versuchen, weiter diese Begriffe zu benutzen, toxische Beziehung, toxische Beziehungsebene, Täter-Opfer-Ebene, weil ich zunehmend diesen Narzissmus-Begriff nicht so sehr mag. Er trifft natürlich oft, es ist oft, was Leute suchen, aber gut, wenn ich so sehe, wer alles diesen Begriff vor sich herträgt und wie dieser Begriff manchmal auch, weiß ich nicht, die nicht in Zusammenhängen genutzt wird, die vielleicht nicht optimal sind, auch ja, entweder eigene Täter-Ebene irgendwie nicht angucken zu müssen oder auch aus einer Opfer-Ebene nicht rausfinden zu können, dann weiß ich manchmal nicht, ob ich da noch mit so in einen Topf möchte, ist es so ein Dilemma, könnt ihr auch gerne zu kommentieren, wenn ihr Lust habt, ist es so ein Dilemma, weil ich weiß natürlich, dass danach gesucht wird und da natürlich auch gut ist, wenn darüber informiert wird, aber ja, wie soll ich mal sagen, gerade im, ja, also wenn ich manchmal so sehe, was da so alles abgeht, auf YouTube und überhaupt und ja, das ist schon crazy und es ist immer wieder so ein Abwägen zwischen der Möglichkeit, sozusagen so eine Plattform zu haben und gleichzeitig, wissen wir natürlich alle, ist Social Media natürlich auch wirklich ein Ort für alle möglichen Formen von, von eben diesen niederschwingenden Dingen, die ich eben angesprochen habe, so. Aber gut, das wird sich alles finden, also ich glaube, ich werde ein bisschen arbeiten an einer anderen Begriffsebene, aber ja, werde mal schauen, wie sich das entwickelt im nächsten Jahr, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich glaube schon, dass es auch da bei mir Veränderungen geben wird, nicht in meinen Kursen oder so, das sicherlich nicht, aber ich muss mal gucken, wie sich das, also ich habe schon das Gefühl, dass es auch bei mir sicherlich neue Entwicklungen geben wird, ich auch immer mal wieder gucken darf, wie ist das für mich am besten, weil, ja, es ist schon verrückte Achterbahnfahrt, so, diese ganze Geschichte hier, ja, aber ich bin auch erstmal, genau, wollte ich mich abschließend auch nochmal bedanken bei euch, weil ich erfahre wirklich unheimlich viel Unterstützung durch die Base, die ich ja scheinbar jetzt inzwischen habe und, ja, es tut mir total gut, ich merke auch immer wieder, dass da ganz viel Support ist und, ja, auch, also das, sozusagen, eure Unterstützung, die kommt auch an bei mir, ist auch sehr gewertschätzt gewertschätzt und, ja, hilft auch, denke ich, ähm, soll ich mal sagen, das Hochschwingende mehr zu verbreiten, was ja unser aller Ziel sein sollte, äh, nicht weiter zu spalten, aufzuwiegeln, ähm, sondern, ja, was endlich Frieden einkehren kann, ja, ne, unsere gestresste Welt, das ist ja eigentlich das Ziel, ähm, was wir alle haben sollten. Ja, also, vielen Dank an euch für euren Beitrag und kommt gut ins neue Jahr.